Leonardo, he's a real pro, rubs in the mist, like drink a coat, Donatello, hack and he's a pistol, and create a missile, Raphael, has a steel body, but he is rude, and don't like to study, Michelangelo, do a center of attention, like to eat pizza and don't like attention. Ninja Teenage Mutant Turtles, Teenage Mutant Turtles, Ninja Teenage Mutant Turtles, ready for action. Ein neues Video auf dem Ninja Turtles Kanal, tolles Bild. Ich sehe besser aus als alle anderen. April, wo gehst du hin? Lass uns Verstecken spielen. Okay, langsam, wo soll ich mich verstecken? Das ist eine Sandgasse, hier kann ich nirgendwo hinlaufen. Du bist sowas von erledigt, Mutant. Mach dich bereit, es wird schnell gehen. Nein! Süßes Hähnchen, so war's doch mal, bevor du mutiert bist. Sie ist als eine Rückkehr zum Anfang. Aber wir haben nicht genug von dieser speziellen Chemikalie. Ich brauch mehr. Sobald ich sie hab, verwandle ich das Schweinchen in den furchterregenden Bebop. Oh, du bist hoffnungslos. Ich hab nicht genug von dieser Chemikalie. Woher kann ich sie sonst bekommen? Stimmt. Ninja Turtles. Sie haben genug davon für einen Haufen Mutanten. Ich hol mir das Muttergen. Ralf? Ralf? Naja, ich werd einfach raten. Hey du! Buh! Sah ruhig! Okay, lauf! April! Die Töte sind da. Die Töte sind da. Wunderbar. Ich muss sie nur noch finden. Wo versteckt ihr euch? Aha. Sie müssen alle in diese riesige Dynamitkisse gekabbelt sein. Wir machen einen großen Knall. Hey, warum ist es nicht? Au! Pech gehabt. Leute, mit Streichhölzern darf man nicht spielen. Was hat April da hinten gemacht? April, was ist das? Du... Shredder! Shredder? Shredder! Kiste! Lass mich wieder rein! Hier kommt mein erster Fang. Ich weiß, wo du dich versteckst, rote Schildkröte. Warum sind sie so gemein zu mir? Das reicht. Es ist Zeit für die Rache. Hier ist meine Waffe. Danke. Hallo, Loser. Oh je, lass das. Oh ja, Märchen mit Cyan. Oh nein, sein Lachen bedeutet nichts Gutes. Turtles, Turtles, ich komme, um euch zu retten. Puh. Helft mir doch, bitte. Die Turtles sind in Gefahr. Es ist, als ob mich niemand hören kann. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, regnet es auch noch. Ihr Lieben, drückt den Like-Button und tellt das Video mit euren Freunden, damit jemand kommt und mir hilft. Bitte. Ein Spiel für Shredder. Die Maschine wird raus, wenn der Chef im Haus ist. Verdammt. Das Teil ist defekt. Oh, hier ist noch einer. Hey, das ist kein Automat. Das ist eine Kiste. Das bedeutet, dass sich jemand darin versteckt. Noch eine Schildkröte. Hä? Keiner? Ich wurde reingelegt. Blöde Spielautomaten. Ich hasse euch. Turtles, ich werde euch aufspüren. Warte, was ist das? Ein paar Findungen. Ich frage mich, was diese Waffe kann. Ich werde sie in einer der Kisten testen. Hey, die ist da kaputt. Ups. Blöde Waffe. Ich will meinen Kopf zurück. Komm schon. Oh, ich glaube, es hat geklappt. Mein Kopf ist wieder da. Turtles. Mal sehen, was der Blaster schafft. Zieh nicht auf mich. Schieß woanders hin. Das ist ein gutes Ziel. Oh ja. Der Blaster trocknet die Sachen aus. Genau wie mein Sinn für Humor. Wow. Das ist eine tolle Versteckwaffe. Welche Kiste ist die nächste? Ich habe sie fallen gelassen. Fass meine Erfindungen nicht an. Die sind nicht für dich. Du treibst mich in den Wahnsinn. Du bist in Schwierigkeiten. Ihr fiesen Turtles. Oh ja. Donnie gegen Shredder. Eins zu null. Das war's. Du wirst es bereuen, Reptil. Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Ich bin unsichtbar. Nein, bleib hier. Hey, Shredder. Bye, Ninja. Es ist nur noch eine Schildkröte übrig. Das Mut dagegen gehört mir. Bitte, helft mir. Oh nein. Oh nein. Brauchst du Hilfe? Willst du Süßigkeiten? Oh ja. Ich habe Hunger. Danke. Was für ein süßer Moment. Reiß dich zusammen. Du weißt doch, warum wir hier sind. Das ist eine dämliche Waffe. Oh, das muss wehtun. Alle Turtles lieben Pizza. Ich werde sie mit dem Geruch herauslocken. Heiße, leckere Pizza. Pizza. Nein, warte. Du bist in der Kiste. Pizza. Das ist ein leckeres Stück. Wer will es essen? Niemand? So ein Pech. Dann kommt es in den Müll. Was macht er da? Das gibt es doch nicht. Noch ein Stück. Gibt es Freiwillige? Nein? Hm, wie schade. Mein Herz hitt das nicht aus. Ein letztes Stück. Saftig und lecker. Die beste Pizza der Stadt wird verschwendet. Leider isst sie niemand. Auf Wiedersehen. Ich hab sie gerettet. Schwör da? Gib mir einen Moment. Ich esse schnell die Pizza auf. Und? Bist du fertig? Du kochst immer noch. Okay, fang an. Schieß. Ich bin fertig. Endlich. Endlich. Nur noch eine Schildkröte. Und nur eine Kiste. Sieht so aus, als ob die Schildkröte hier ist. Klopf, klopf. Ist da jemand? Ich wette, sie ist da. Das werden wir gleich herausfinden. Bleib hier. Geh nicht weg. Ich werde Pinata spielen. Hä? Wer? Was ist die Schildkröte? Ist nur noch ein Panzer übrig? Ich muss sie da rausschütteln. Schwerde, das ist reine Zeitverschwendung. Ich glaub, das ist dein Panzer. Willst du ihn zurückhaben? Oh nein, nicht. Hier. Oh nein. Oh ja, ich hab alle Chemikalien, die ich brauche. Oh nein, eine Sackgasse. Hilfe. Kleine, du wirst nirgendwo hinlaufen. Es wird dich niemand retten. Hey. Wer ist das? Casey Jones. So. Ihr habt es verdient. Vielen Dank, Casey Jones. Jetzt müssen wir meine Freunde retten. Komm mit. Wo sind alle? Genau da. Auf dem Boden. Schwerde hat ihnen die Kraft genommen. Wer ist das? Erstes. Shredder. Der Bösewicht. Ich erstelle mir meinen eigenen Bebop. Aktiviere die Mutagenkapsel. Ich bin ein Rockstar-Bösewicht. Perfekter Plan hat funktioniert. Ich werde die Verwandlung starten. Stopp. Was ist hier los? Was? Wer bist du? Ich bin derjenige, der dich aufhalten wird. Lauf, Schweinchen. Die Tattels müssen hier rein. Hey, Mr. Shredder. Was? Du hast verloren. Was soll das alles bedeuten? Wie seid ihr hierhergekommen? Das ist mein Hockeyschläger. Ich komme wieder. Wir haben wieder gewonnen. Ninja Turtles. Ninja Turtles. Das sind meine Superhelden. Verstehe. Schöne Präsentation. Danke. Eins plus. Ninja Turtles. Die sind doch bekloppt. Du bist ein echter Loser mit einer Maske. High Five. Geschieht dir recht. Ich hasse diese Maske. Das ist really cool. Ich geh. Du bist so dumm, Loser. Du hast es nicht drauf. Hey, warum hast du die Pizza ruiniert? Und, wer ist jetzt dein Loser? Oh, ich drehe dir in den... Leute, wartet mal. Ich muss schon wieder einen Streit schlichten. Hey, entspannt euch. Wir haben Wichtigeres zu tun. Was? Heiliges Kanalsystem. Was soll das sein? Wenn du mich fragst, sieht das sehr nach... What? Ich schau mir das mal genauer an. Hey, Leute. Kommt her. Macht schon. Seht euch das mal an. Ninja Turtles. Die sind doch bekloppt. Du bist ein Loser mit deiner Maske. Wir müssen dem Kind helfen. Mikey, bist du etwa eingefroren? Geh schon. Meister, wir werden dich nicht enttäuschen. Cowabunga! Es reicht. Lasst uns endlich gehen. Ich bin schneller. Hey, mach schon. Aber wohin sollen wir gehen? Mal sehen. Zur Schule geht's da lang. Loser! 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 Ninja Turtles gibt es nicht. Oh-oh. Ich glaub, das sind sie. Hey, Leute. Hey, Leute. Ja! Du hast es geschafft. Ninja Turtles. Hey, Kleine. Hast du Lust auf ein Abenteuer? Steigt ein. Junge. Leo. Donnie. Wahnsinn. Ihr fiesen Schildkröten. Sie waren hier. Da ist jemand. Ich bin gespannt. Du. Sag schon. Hast du die Ninja Turtles gesehen? Äh. Sie sind in diese Richtung gegangen. Bist du sicher? Schön. Das ist so lustig. Und wie war das? So cool. Darf ich mal probieren? Hier ist das Schwert. Mach langsam. Okay. Nein, 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 nein. Ich glaub, du bist noch nicht erwachsen genug, um damit zu spielen. Gib es mir. Oh. Da gibt es so viele tolle Sachen. Schöne Farbe. Oh. Was ist das? Eine geheimnisvolle Flüssigkeit. Ups. Hey. Willst du es mal versuchen? Au. Ja. Stell dich genau hier hin. Und verpass ihm einen Schlag. So fest du kannst. So ist es gut. Komm schon. Komm schon. Ups. Ein Mädchen hat dich besiegt. Pizza. Pizza, Leute. Hey. Was soll denn das? Du folterst die Pizza. Warum machst du das? Probier sie. Wir können eine neue Pizza machen. Nutella. Wahnsinn. Was kommt als nächstes? Skittles. Gute Idee. M&M's. Gummiewürmer. Und Marshmallows. Sehr gut, Pizzabäckerin. Kommt, Leute. Probiert die neue Pizza. Wo ist sie? Anscheinend hat die Bäckerin die ganze Pizza aufgegessen. Kann ja mal passieren. Wow. Leckere Pizza. Speziell für Ninja Turtles gemacht. Und das Wichtigste. Keine Sardellen. Pizza. Moment. Ihr Kleine. Wartet auf mich. Leute, kommt raus. Pizza. Ich bin fast da. Turtles. Was? Äh, wo sind denn alle? Wenigstens kann ich das Mädchen mitnehmen. Ich hasse Skateboards. Es hat keinen Sinn zu schreien. Hier ist mein Ticket. Oh, nein. Shredder. Wer? Freaks. Ein Film. Hilfe. Lass mich frei. Sei einfach ruhig. Kein Durchgang. Turtles. Ich warte. Hey, keine Aufnahmen. Kleine? Wo ist sie? Hallo? Versteckst du dich etwa? Sie ist verschwunden. Hast du sie gefunden? Sie ist nicht unter dem Kopfkissen. Oh, ich habe etwas anderes gefunden. Ist dieses Bild ein Hinweis oder was? Ich verstehe. Ich verstehe das nicht. Dreh es um. Wir sehen uns im Kino. Shredder. Wo bin ich? Wo bin ich? Ein Zettel? Von Shredder. Wir müssen uns beeilen. Die Titels sind schon wieder zu spät. Warum dauert das so lange? Wir sind da. Hey, Shredder. Wo ist die Kleine? Du meinst das Mädchen? Im Kino? Hilf mir. Oh, du Arme. Du gehst unter. Du Stück Blech. Das will ich sehen. Hötst du ein paar gebratene Nägel? Was? Ich fange an. Nein, ich. Das ist also alles, was du drauf hast? Nicht sehr unglaublich. Bye, Turtle. Das hast du davon, wenn du dich mit mir anlegst. Ja, es hat geklappt. Ich gebe dir gleich den Geschmack meiner Klinge. Klinge. Genug getanzt. Ups, es klemmt. Darf ich mich neben dich setzen? Wer ist der Nächste? Ich. Warte. Donnie, du fängst an. Was? Okay, das reicht. Cooler Schachzug. Ich bin dran. Shredder, willst du tanzen? Was? Babyschildkröte. Vermisst du nichts? Oh, ein Springseil? Heute ist nicht mein Glückstag. Ich bin dran. Hey, Shredder. Hast du mich etwa vergessen? Was ist los, Kleiner? Wir werden uns wiedersehen. Ganz sicher. Donnie, Mikey, Leo, Graf, April. Freut mich, dich kennenzulernen. Das ist mein Platz. Nein, das ist meiner. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Es geht los. Halt die Klappe. Komm und sieh dir den Film an. Er fängt bald an. Was war das? Das ist die perfekte Verkleidung. Akatsuki. Akatsuki. Hier ist mein Ticket. Okay. Süßigkeiten? Du verstößt gegen die Regeln. Keine Süßigkeiten im Kino. Nicht mal die Besten. Eins, zwei, drei. Wie viele? Wie viele? Das sind ganz schön viele. Klone. Reicht an. Autsch. Was für ein super Film. Ja, ich find ihn auch toll. Das war's. Eine neue Regel. Keine Ninjas im Kino. Ein Ninja-Stern? Wo kommt der denn her? Hey. Naruto. Was? Sakura. Sollen wir anfangen? Ja. Temari. Wer? Meint ihr mich? Schieb's nicht auf mich. Seht ihn euch an. Gut. Ich hab als Kind auch Karate gemacht. Schon wieder diese Faulenzer. Ich war's an Ausweg. Deine Zeit ist gekommen. Das war's. Ich bin in Sicherheit. Was war das? Orochimaru. Oh, perfektes Timing. Wer hat jetzt das Sagen, ihr Loser? Okay, okay. Ich bin ja schon ruhig. Kommt schon. Kämpft. Easy. Ich hab keine Angst vor Schlangen. Hey, Mädels. Wo seid ihr? Warum versteckt ihr euch? Lasst uns diese Schlange erledigen. Sie sieht überhaupt nicht gruselig aus. Naruto. Dreh dich um. Hinter dir. Mach's schon. Dreh dich um. Ein Siegestanz? Oh, ich soll mich umdrehen. Geh auf, Naruto. Du schaffst das. Los. Du bist ein starker Kämpfer. Hier, trink das. Komm schon, Naruto. Du kannst es schaffen. Du bist stark. Du kannst ihn zerquetschen. Seid ihr verrückt geworden, oder was? Warum hast du mich angespuckt? Du Angsthase. Hey, Chef. Ich hab alles unter Kontrolle. Super. Dann kann ich ja ein Nickerchen machen. Ihr drei. Versucht uns zu verletzen. Und schaut, was passiert. Oh ja. Das wären wir. Temari, du bist dran. Okay. Das war einfach. Ich hab mich erkältet. Wollt ihr spielen? Klingt gut. Horushimaru hat schon wieder gewonnen. Mir geht's schon viel besser. Das war ein cooler Sprung. Wie Kung Fu Panda. Das könnte ich auch schaffen. Denk nach, Naruto. Wie kommen wir in den Kinosaal? Ich weiß. Zuckerwatte. Mädels. Ihr habt mich auf eine Idee gebracht. Wow. Naruto. Du bist genial. Nein. Ich wette, er wird es wieder vermasseln. Hey. Hier ist mein Ticket. Oh. Ist sie nicht süß? Nein. Du kommst nicht rein. Was? Warum? Darum. Mir geht's nicht gut. Oh. Hat jemand Lust auf Zuckerwatte? Mädels? Wie auch immer. Was tust du da? Hey, langsam. Gara. Was ist das? Schon wieder ein Ninja? Hier ist mein Ticket. Das ist mir sowas von egal. Du kommst nicht rein. Ja. Der hab ich's gezeigt. Der hab ich's gezeigt. Vielleicht können wir ja darüber reden. Willkommen im Kino. Notfall-Meeting. Ich hab eine super Idee. Warte. Sand? Wo kommt der denn her? Hey. Ich hab auch etwas. Da drüben. Im Rucksack. Und was? Und was? Ich rufe dich Sand. Yippie. Mehr Sand. Oh, ich hab Angst. Du hast deinen Sandkasten geklaut. Mädels, was ist los? Wollt ihr ein Schloss mit uns bauen? Das war wohl nichts. Eure Zeit rinnt wie Sand durch meine Finger. Ich werde auch eine geheime Technik lernen. Es ist Zeit zu handeln. Zeig's ihnen, Naruto. Wo's geht's? Die letzte Schlacht. Horishimaru. Wir werden sie zerschmettern. Bitte. Nicht mein Gesicht. Oh oh. Was ist denn mit dir los? Das lief ja super. Naruto, geht's dir gut? Hey, ganz ruhig. Hey, Schönheit. Wow. Ich bin verknallt. Hey, Kumpel. Gehst du mit mir ins Kino? Ich? Klar. Das hab ich mir schon immer gewünscht. Lass uns gehen. Wollen wir auch ins Kino gehen? Nein? Gut. Wir sind die perfekten Partner. Okay. Hab schon verstanden. Hier sind unsere Tickets. Ja. Kommt rein. Der Weg ist frei. Wartet. Ihr könnt nicht reinkommen. Das werden wir ja sehen. Wir werden unsere Plätze schon finden. Jetzt sind wir dran. Los geht's. Mir geht's gut. Was wollt ihr? Oh Mann. Mir reicht's. Kümmere dich darum. Mir geht's gut. Meine Augen spielen verrückt. Ha, ihr seid erledigt. Ich krieg keine Luft. Naruto. Ah, da ist eine Schlange. Wo willst du denn hin? Gut gemacht. Ramen ist mein bester Freund. Guten Appetit, Naruto. Er ist wie ein Schwein. Ich weiß. Stimmt. Ich hab einen Plan. Hör zu, Mädels. Es wär schön, wenn du zuerst zu Ende kauen würdest. Und? Ist das dein guter Plan? Das ist typisch, Naruto. Seid ihr schon wieder hier? Gib mir ein Na. Gib mir ein Ru. Gib mir ein To. Naruto. Seine Shuriken können fliegen. Seine Klone werden überleben. Hey Klon. Hilf mir. Es kann losgehen. Nein. Was hast du getan, du gemeiner Ninja? Warum? Warum sterben die Guten so jung? Ah, wo kommt der Sarg her? Auferstehungstechnik. Endlich können wir uns einen Film ansehen. Super Film. Das ist mein Lieblingsfilm. Meiner auch. Oh, oh, oh. Die Auferstehung. Wir sind hier mitten in den Dreharbeiten. Siehst du? Tosti. Es ist Zeit für das Finale. Oh, ja. Los, Naruto. Warum immer ich? Klontechnik. Ich habe kein Chakra. Okay. Kurama. Bitte. Gib mir etwas von deinem Chakra. Äh, das war's. Ich muss los. Oh, Shimaru. Du bist jetzt der Chef. Autsch. Meine Faust. Wow. Naruto. Endlich hast du gewonnen. Mist. Es ist Zeit für Plan B. Hypnose. Hippnose. Hyppnose. Untertitelung. BR 2018